Keine, also von niemandem die Frau. What color of your eyes? Brown? Pink? Nein, aber glaub mir, in der Sonne ist da ein bisschen grün, Leute. Nein, da ist sogar ein bisschen blau. Ja. Hey, wie seltsam. Ich bin auch frei. Zufall, ja. Ja, ich glaub schon. Ach so. Äh, oh Haku. Danke. Boah, seid ihr cool. Ja, thank you so much. Das ist immer die Aussprache. Wie meinst du? Man kann auch sagen, boah, seid ihr cool. Ach so, ist so. Aber nein, boah, seid ihr cool, ja man. Steht dir voll die Gehäte? Thank you, mein Mann. Ähm, bye bye. Bye bye, bye bye, meine Liebesleben. Ah. Ah, kein Kron. Ja. Was liest ihr? Gar nichts. Die Kommentare. Ähm. Ja, danke. Oh, wie cool. Nein, geh weg. Oh, ich fand das auch. Oh, du bist richtig gemein. Hey. Nein, als du das hattest, hab ich es auch nicht gemacht. Das schon zweimal. Ja, und? Ja, ich nur einmal. Ja, also, jetzt haben wir Spaß hier, ey. Boah, schön. Nein, Spaß. Ah. Ähm. Was? Was? Another vote. I'm in the transition. Könnt ihr Deutsch reinschreiben, please, please. Are you girls married? Nope. Yeah. Könnt ihr bitte Deutsch reinschreiben? Please. Leute, seid ihr nur foreign, foreigner? Was? Foreigner. Was lauerst du? Foreigner. Was für Foreigner? Boah. Ja. Ab jetzt, lisset nur deutsche Kommentare. An alle Zuschauer, die Linke, was? Oh, ich ge... Schubs, jubs, was aber auch weg. Oh, dankeschön. Oh, dankeschön. Das ist immer wieder geil. 18. Schreib noch mal 100 Mal rein. Was? Was? Warum so... Nee. Nee. Du kannst ja Profilbilder bewerten. Ja. Boah, warum sind sie... Könnt ihr bitte Deutsch reinschreiben? Bitte. Okay, Herr Mossaf. Okay, verstanden. Sie sind ledig, glaube ich. Mach es voll, es ist Spaß. Nein. Nee. Kommen Sie bitte nach Polen. Nein. Kannst du Englisch sprechen? Say hi. Nein. Ich will nicht. Kein Bock, ne? Ja. Kambuk, du? Meine Haare. Ja, danke. What's up, guys? Nothing. Nothing. Nothing? I want nothing. 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 Ja, halt so nothing. Ja, glaub auch nothing. Halt so nothing. What? Two beauty queens. Danke. Deine Mutter. Was? 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 Ähm... Boah, ihr nervt. Boah, was haben alle mit Indonesien oder Ghana oder so? Ich schreibe uns die ganze Zeit frei. Ähm... Nein, bitte. Könnt ihr jetzt Deutsch schreiben? Kennt ihr Spanisch? Joa. Si. Aber du sprichst doch Portugiesisch. Warum kannst du halt Spanisch? Es ist nicht fast gleich. Es ist nicht fast gleich. Ja, Mann. Um wie viel Uhr sind sie aufgestanden? Nee. Habt ihr einen Freund? Hi, hello. Alles gut. Was? Was? Spaß. Warum bin ich immer so komisch? Ähm... Ey, der kommt aus New York. Wer? Ja, so einer halt. Ist die Linke trans? Ja. Ah, Alter. Sonst reicht's. Nein. Es ist nicht... Wir haben noch nicht geschlafen. Warum schreibt dir keiner mehr Deutsch? Please. Close the door, please. Because your parents are sleeping. Äh, erstens ist es in meinem Badezimmer. Digga, guck dir erst aus New York. Warum redest du mit dem Deutsch? Ach so. Ja.